Ihr wisst jetzt, was der Redstone Staub ist und seid so gespannt, dass ihr weiter an eurem Redstone Inventar guckt, was es denn noch so für Gegenstände gibt und ein Gegenstand, den werde ich euch heute näher bringen und das ist die Redstone Fackel platziert. Ja, die Baumeister freuen sich jetzt erstmal, yay, noch eine Fackel, jetzt haben wir Seelen Fackel, Redstone Fackel und normalen Fackel, aber die Redstone Fackel hat eine sehr besondere Eigenschaft, nämlich, seht ihr das, die Flamme ist anders, sie ist rund, während es bei der anderen Fackel nur eine gerade Flamme ist. Nein, Spaß, das ist natürlich völliger Bullshit, klar könnt ihr die benutzen, um eure Geister wieder zu beleuchten, aber das ist nicht die Haupteigenschaft, deshalb würde sie nicht Redstone Fackel heißen, das schauen wir uns jetzt mal an, dazu machen wir es uns einmal helle. So, ja, die Redstone Fackel ist erstmal ein primitiver Stromgeber, denn wenn man da Redstone dran legt, dann ist das quasi hier, dann macht ihr halt, powert ihr den Redstone und dann ist der halt maximal 15 Glöcke weit gepowert, das haben wir schon im letzten Tutorial mitgelernt, aber die Redstone Fackel hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wir haben ja schon gelernt, dass man das Redstone quasi durch einen Block hindurch fließt, und da wo sie hindurch fließt, dieser Block ist quasi gepowert, dieser Block hat quasi Strom. Und wenn man jetzt eine Redstone Fackel auf einen bepowerten Block stellt, dann ist die aus, aber normales Redstone ist an, aber die Fackel ist aus. Und das ist die wichtigste Eigenschaft, oder eine der wichtigsten Eigenschaften, die eine Redstone Fackel hat, nämlich, der Block, an dem es gepowert ist, hat sie immer genau das Gegenteil, welchen Stromzustand der Block hat. Also sprich, wenn der Block hier gepowert ist, ist die Fackel aus, und wenn der Block nicht gepowert ist, ist die Fackel an. Heißt, eine Redstone Fackel inventiert das Stromsieker, inventieren, also umdrehen. Aus an ist aus, und aus aus ist an. Und das ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft, die man in Redstone echt gut gebrauchen kann. Denn damit kann man viel leichter Redstone nach oben verlegen, nämlich, indem man einfach Fackeln übereinander stellt, und die sich quasi immer hin und her inventieren. Weil die ist jetzt an, dadurch ist die aus, und dadurch ist die wieder an. Aber wenn wir uns jetzt Redstone nehmen, und das quasi anmachen, dann geht das quasi, dann ist die jetzt aus, ist die an, und so, und dann kann man es wieder umdrehen. Und das ist eine tolle Sache, denn so könnt ihr Signale ganz einfach verschicken. Ja, mit den Redstone Fackeln kann man auch einen Taktgeber bauen. Wenn man nämlich diesen Kreis hier strießt, dann geht das Signal quasi immer hin und her. Ja, und das ist eine ganz tolle Funktion, denn die tun sich gegenseitig immer ausschalten. Und dadurch, dass sie ausgeschaltet sind, schalten sie diese an. Und ja, das könnte man jetzt so ausbauen. Alles eine recht simple Sache. Ja, die Redstone Fackeln powert übrigens um den ganzen Block herum alles, also auch die Redstone Lampen, unter sich nicht, aber da drüber. Aber ihr müsst aufpassen, denn es gibt leitende Blöcke und es gibt keine leitende Blöcke. Und wie gesagt, leitende Blöcke können bepowert sein und können die Redstone Fackel depowern und nicht leitende Blöcke können dementsprechend auch nicht bepowert sein. So ein leitender, nicht leitender Block ist Glas. Da kann man zwar die Fackel dran platzieren, aber wenn ich jetzt hier hinten Strom drauf mache, sehen wir, es passiert nix. Kann auch oben Redstone drauf leben, der bleibt auch aus, obwohl man hier ja was rein gibt. Ja, bei dem Diamant Block ist das wieder was anderes, wenn ich hier Strom drauf gebe, ist die Fackel aus. Und wenn ich da oben Redstone drauf packe, ist es an. Also wir sehen, leitender Block, kein leitender Block. Wow, das ist Magic, wirklich Magic. Ja, und jetzt, wenn ihr euer Signal hochgelebt habt, aber es wieder runterlegen könnt, gibt es nämlich auch einen ganz tollen Trick, nämlich Redstone drauf, Fackel dran. Und dann ein Block drunter, weil die ja, also so gesehen wird die Power Leads da unten. Dann da, das macht die aus. Und wenn wir jetzt da oben Strom drauf geben, dann sehen wir, dass das Signal unten jetzt an ist. Also wir geben oben Strom und das Signal ist auch unten an. Wir machen oben den Strom aus und das Signal ist unten auch wieder aus. Wow, das sind ziemlich viele Sachen, die man mit der Redstone Fackel so machen kann. Aber eine Sache, die nicht so schön ist, hat die Redstone Fackel denn trotzdem, denn sie kann ja löschen. Ja, wow. Die kann ich ja auch löschen, indem ich da einfach Strom anpower. Nein, die Redstone Fackel kann auch unerwollt löschen. Nämlich, wenn sie zu schnell den Zustand zwischen An- und Aus wechseln muss, wie wir es ja in diesem Modell sehen können. Obwohl das An- und Aus blinkt, bleibt die Fackel durchgehend aus und erst, wenn wir das Ganze ausschalten, geht sie wieder an. Aber wir sehen hier, der Zustand ist zu kurz und die Fackel erlischt und kannst du eigentlich in die Tonne hauen. Wenn man das wieder länger macht, dann sehen wir, geht's. Sie erhält schon ganz schön was aus. Ja, die Redstone Fackel ist ein tolles Werkzeug. Also, tun wir nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Also, die Redstone Fackel gibt einfach Strom, ist ein normaler Stromanmacher. Sie inventiert, also wenn der Block unter ihr bepowert ist, hat sie den gegenüberliegenden Zustand, also den inventierten Zustand, also das Gegenteil. Sie tut also aus An- und Ausmachen und aus Aus-An, wie wir das hier sehen. Wichtig ist dabei, dass der Block leiten muss. Nur bei einem Leiten-Block geht sie an und geht sie aus und dadurch kann man dann solche Ketten bauen und auch solche Ketten runterbauen. Ja, die Redstone Fackel, ein tolles Werkzeug. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fakten zu der Redstone Fackel zeigen. Probiert doch mal aus, was ihr mit der alles bauen könnt. Leute, das war das heutige Tutorial. Probiert's doch mal aus in Minecraft und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017